Wir haben zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, fünf Löschlattbögen Extra-Tax-Essig, Salzschreuer halbvoll mit Kokain und ein ganzes Speck vom vielfarbiger Apers, Dauners, Heuler, Lacher, ein Liter Tequila, eine Flasche Rum, ein Puste Bier, einen halben Liter Äther und zwei Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchen, aber wenn man sich erstmal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu extrem zu. This is Grade A 100% pure Colombian Cocaine, ladies and gentlemen, Disco Shit. Here is the Driven Snob. Hier ist die Drogensammlung anzulegen, die Drogensammlung anzulegen, Hier ist die Drogensammlung anzulegen, die Drogensammlung anzulegen, Drogensammlung anzulegen, die Drogensammlung anzulegen, die Drogensammlung anzulegen, 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.